Moin Moin Hier ist wieder euer Robert für euch Ja, nachdem ich gestern Am Elite Boss so ein bisschen gescheitert bin Weil ich zu wenig Geld hatte Möchte ich jetzt noch einen Versuch starten Ich habe jetzt Ben ausgetauscht Gegen Quincy Dadurch brauche ich Ben nicht mehr bauen Und ich möchte es einfach nochmal ausprobieren Weil dadurch Kann ich direkt das Geld, was ich jetzt verdiene Kommt direkt rein Oh yeah Und kann ich direkt fürs Fahren benutzen Schauen wir einfach mal Oh yeah So, wenn ihr jetzt mal guckt Runde 7 Und ich kann meine erste Farm stellen Ich weiß nicht, wie lange das gut geht Okay, da geht es nämlich jetzt schon los Okay, da geht es nämlich jetzt schon los Ich weiß nicht, ob es funktioniert Keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es funktioniert Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden Okay, da geht's Okay, da geht's Wie ist das ein 顔 ist Und ich zieh euch die Gounce 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 Genau, das habe ich nämlich jetzt erwartet. Oh, come on! Gut, jetzt sollten wir auf die erste Farm gehen. Okay. 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 So, jetzt ist nämlich schon das Problem, wie gehen wir weiter vor? Machen wir erst einen Marktplatz? Okay. 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 And now we can get more to through. Okay. Ich weiß nicht, ob Queenzy so gut ist. 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 Sieht doch schon besser aus. Okay, die ersten Sachen gehen durch. Die erste Farm ist auf jeden Fall da. Oh, come on! Sweet! Oh, come on! Gut! Yes! Oh, come on! Gut! Oh, come on! Das ist nämlich jetzt schon wieder das Problem. Oh, come on! 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 Incoming! Okay. Is that all you got? Good. Das war's für heute. Nice! So jetzt sammle ich das Ding Im Prinzip kann ich ihn jetzt verkaufen bekommen 16.000 könnte den hier Eigentlich soll ich in dieser Runde schon einen MAD haben der kostet mich aber 60.000 65.000 70.000 und so weiter und so fort Gut Verkaufen will ich sie eigentlich nicht? Ja Gut dann haben wir den jetzt schon mal hier Ich weiß nicht ob es bringt Ich habe keine Ahnung 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 Also noch nicht Awesome! Incoming! Is that all you got? Come on! You can all have some! BFB incoming! Headshot! Come on! Headshot! You headshot! You can all have some! Ahem! Incoming! BFB incoming! You see it? In principle it doesn't work anymore. Ahem! Is that all you got? Alright! BFB incoming! Incoming! Seriously? Und weg ist er! Genau! Seriously? Ihr seht's ja! Also! Ich sag mal so, das war jetzt mein bester One überhaupt! Und ich glaube... Da geht mehr! Aber! Ich würde jetzt gerne nochmal ähm... Mit ähm... Mit ihm ausprobieren! Mit ihm ausprobieren! Fein! Natürlich muss er wieder in die Mitte! Ist doch klar! Das war's. so mal gucken ich schau mal gerade ja das passt schon ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob das funktioniert, keine Ahnung. So, jetzt kann er hier nämlich. Ich weiß. Das ist nämlich schon wieder das Ding hier. Ja, die Gelben, die sind halt für mich echt wie Gift. Sie sind durch. Awesome! Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Tja, 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 Tja! Wir sind jetzt auf Stufe 5, glaube ich. Stufe 6. Stufe 6. Exit! Nice! Nice! What next? Er hat, er zieht schon wieder danach aus, dass es nix wird hier Wenn ihr überlegt, wir haben jetzt noch drei Runden. Awesome! Okay. Okay. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt müsste eigentlich ein M.O.A.D. Uh... Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Das war's für heute. 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 So weit war ich nämlich vorhin auch. So weit war ich. 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 Tschüss.